Moin moin Leute, willkommen zurück hier bei Hörnchen spielt am frühen Morgen an einem Dienstag um kurz vor halb acht. Wir spielen weiter mit Evoland und der Spielzeit ist ein bisschen angetan, das ist recht kurz. Also wir haben uns hier schon eine Stunde hinter uns. Ich glaube es kommen maximal noch zwei Stunden auf uns zu von dem Spiel, soweit ich das gelesen habe. Anderthalb bis zwei Stunden kommt noch auf zu. Die werde ich gerne mit euch weiter natürlich spielen, weil erstens, weil ja, ist ein gutes Spiel, es macht mir Spaß, es hat sauviel Witz drinnen, auf jeden Fall für die Leute, die auch diese Art von Humor irgendwie mögen und diese diese Anspielungssachen mögen, auch wenn ich einfach nicht alle gerade im Kopf habe, aber halt allein schon der Name Keres zum Scheiß. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ich bin heute Morgen so ein bisschen verplant, weil es ist halb acht und wir starten einfach mal, wir fortführen das Spiel einfach mal. Achso ja, was soll ich sagen, ich will es mit euch natürlich jetzt nicht in so einem zwei Stunden Block hier aufnehmen, sondern ich würde mit euch das Ganze gerne in so 20 Minuten Parts aufnehmen. Jetzt werde ich mal kurz die Maus hier aus dem Bildschirm. Ja, das ist, glaube ich, die einfachste Sache. Hm, da war ja was. Der muss ich mal kurz gucken, die haben wir gestern auch schon mal, das haben wir auch gestern mehrfach gestorben, glaube ich. Jetzt sehe ich nichts mehr, aber ich glaube, das war's, okay? Ja, das war's. Jetzt ist die Timing-Geschichte hier, oder? War das das? Das war nicht die Timing-Geschichte. Timing-Geschichte kommt dann nachher erst. Ja, genau hier. Erfolgreich. Huch, oh Gott, ich hab mir erst gelächtert, ich dachte schon Boss-Battle. Ich bin das beschissen und mage hier oben. Wie viel geht denn das nimmt ihn hier? Erstmal hier Fledermaus kaputt machen. Erstmal irgendwas kaputt machen. Oh Gott. Spiel, ich hätte ganz gerne wieder ein, 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 ein rudimentäres Kampfsystem. Oh mein Gott, der ist ein beschissen Magier, ne? Oh Gott. Stress pur am frühen Morgen, Mann, oh Mann, ey. So. So, 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 so. Ich muss noch mal eine ganz Krüge hier verprügeln. Die Krüge verprügeln, um Herzchen aufzusammeln. Während im Hintergrund dieser himmlische, leicht aggressive Musik läuft. Da, da, da. Oh, hier stimmt eine Tour. Was ist hier drinnen? Den Boss-Türschluss, ey. Seid ihr zum Kampf bereit? Ist das der ganz am Anfang? Achso, wahrscheinlich bin ich jetzt der ganz am Anfang, oder? Das ist wahrscheinlich die Tür, wo ich am Anfang nicht durch konnte. Und einmal aus Rum gelaufen. Sozusagen. Hoffe ich jedenfalls. So, Boss-Battle mit, äh, zweieinhalb Herzen. Ja, ich bin hier zum Anfang. Cool. Wir sind bereit dafür. Dieses Boss-Battle. Hoffe ich jedenfalls einzugehen. Moment mal. Ja. Ich habe gerade was gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt. Ich habe was gesehen. Und zwar sind die ganzen Dinge jetzt hier oben. Ich sag halt, der zweite Schalter hat hier hochgemacht. Guck mal, ein Stern. Ja. Deswegen laufe ich jetzt hier nochmal durch. Erstmal, um noch ein Herr zu finden. Nö, natürlich nicht. Diese Magier, ne? Wenn ich etwas nicht leiden kann, sind es Vieche, die sich auflösen. Komm. Komm. Geh. Geh. Geh kaputt. Weihnachtszeug. Hm. Was ist das Gewett? Ah, Mann ey. Ah, der ist nicht hochgegangen. Wieso? Wie? Hä? Meine Frisse, ey. Das Faltssystem habe ich nicht hundertprozentig raus. Das ist ganz echt so. Hier ist die... Ah, okay. Alles klar. Magier mal wieder. Was muss ich denn hier für machen? Da hinten ist auch noch eine Truhe. Achso, da komme ich. Hm. Hm. Alter. Hm. Ich werde jetzt auch noch sterben, ne? Der Safe-Punkt war wo? War total weit weg, oder? Der war hinter dem Flammenzeug, ne? Mal gucken. Vielleicht gibt es ja vor dem End-Boss hier nen... Mann oh Mann ey. Einen, äh, Speichelpunkt. Und diese Magi sind echt extrem, voll nervig. Ich merke jetzt schon, wie meine Stimmen versucht aufzugeben. Weil, äh... Es ist super früh im Morgen, dass ich noch keinen Kaffee gedrucken habe. Aber... Natürlich kommt jetzt Boss-Battle. Ich möchte gerne wieder mit Eris kämpfen. Ähm. Oder Keris. Hey, sieht aus wie ihr klingt. Ist das ein echter Feind und bloß ein Schatten? Was auch immer es sein mag. Wir haben keine andere Wahl, als es zu bekämpfen. Natürlich hätten wir keinen Wahl. Holy... Gewöhnliche Anriffe scheinen mir nichts anzumachen. Fleder-Ratte! Wir haben es geschafft, Boss-Battle! Yay! Der Schatten! Awesome! Oh, mein Gott ey. Warum steht die Schatter hinten so dämlich in der Ecke rum? Ach so, okay. Die überwachen das Labyrinth, alles klar. Alles cool. Oh, wer macht da auf? Oh, Mann. Legendäre Schwert! Oh mein Gott, er hat doch das Schwert von Cloud. Sieht schwer aus, dafür aber sehr cool aus. Erinnert euch jetzt an einen alten Helden? Ne, erinnert mich auf jeden Fall an einen alten Helden. Das ist das Schwert von Cloud aus Final Fantasy 7. Ich spüre frisch Luft von draußen. Ich glaube, wir haben einen Ausgang der Noriamine. Der Name ist Herr Noriamine. Da habe ich mich gar nicht mehr daran erinnert. Schnell zu meinem Dorf, hoffentlich ist es nicht zu spät. Können Sie ruhig mal hilfreich sein und mir irgendwie mal hier behelfen zu helfen und so. Eintruhe. 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 Schick aus. Ich glaube nicht, dass... Ich weiß gar nicht mehr über welcher Engine das läuft oder unter was es allgemein hier läuft. Ähm... Erstmal das da. Es sieht ekelhaft aus. Ich wusste es. Magie. Heilen bitte. Ja. Beide. 18 und 16. Okay. 93 und 75. Erstmal den Pilz kaputt machen. Danach alles andere. Daneben. Magisches Schwert. Macht genauso viel Schaden an den Viechern wie das Schwert vorher. Sieht nur cooler aus. Und schwerer. Da haben wir so einen Teil der Oberwelt erreicht. Gibt es wahrscheinlich hier tausende... Ach du Scheiße. Schildkröne. Arthuin? Okay. Okay. Wir gehen erstmal auf diese Zomba. Oh Gott. Die heißt nicht. Zomba. Die sind außer die Pilze von Mario. Sollen sie wahrscheinlich hier darstellen. Oh Gott. Wir müssen gleich heilen mit Iris. Sonst äh... Ja. Beides bitte. Das sieht bald mau aus. Ja genau. Das beides sind bald mau aus. Heilen. 15, 15. Und immer 15 Schaden. 10 Schaden. Überdimensionale Schildkröte. 400 Gil und 18 EP. Stufe 5. Angriff wurde erhöht. Stufe 5. Verteidigung wurde erhöht. Dann wird doch mal Zeit ey. Okay. So hier musst du bestimmt irgendwas tolles sein. Oh hier ist die Wüste. Oh Gott. Entschuldigung. Diese Zombas. Und wie heißt die andere Fliege? Apindaya? Okay. Hey. One-Hit. Oh. Woll ich gar nicht. Was hält denn der aus bitte? Heilen. Wäre nicht ziemlich cool, wenn wir noch mehr Clip nicht wieder bekommen. Angriff. Das wäre echt ziemlich geil. Ihr habt 23 Gil und 15 EP gewonnen. Oh hier ist die Wüste. Wo ist ihr Dorf nochmal? Oh. Boah. Ja Zufallskäber sind zwar schöner. Wenn die so inszeniert untereinander getriggert werden. Das ist auch super nervig. Au. Ich wollte mir die eigentlich heilen. Aber naja. Nun ist zu spät. Okay. Jetzt können wir heilen. Schon lang keinen Safe-Punkt mehr gesehen. Das ist richtig ätzend ey. Sonst hier so durch... Fuck. Ich drücke immer zu schnell auf Angriff. Weil ich denke... Weil sonst steht ähm... Unser... Unser Cloud-Verschnitt hier immer da weit oben. 23 Gil und 15 EP. Okay. Wir müssen wahrscheinlich in die Wüste. Und sonst gilt 5 EP. Stufe 6. Verteidigung wurde erhöht. Stufe 6. Magie wurde erhöht. Awesome. Ah wie geht das immer in die Wüste. Als Zufallskämpfer. Das ist ja echt schon alle 2 Sekunden ey. Das ist ja schon... Schon nicht mehr schön. Würde ich mal sagen. Und da ist das Dorf. Boah. Wahrscheinlich stirbt es jetzt noch vor dem Dorf. Weil es jetzt noch angegriffen wird. 15 Schaden oder so. Und wir... Okay laufen. Hau einfach ab. Mann, Mann, Mann ey. Dass man die Charakter nicht ausführen kann. Oh! Freigestaltet. Vorgerennete Hintergründe. Eine neue und viel detailliertere Art der Darstellung. Oh, sieht schick aus. Willkommen... To... Aguai City. Cool. Sieht echt schick aus. Endlich sind wir zurück. Hoffentlich geht es allen gut. Ich bin froh, dass das Dorf nicht von der Ödnis verschlungen wurde. Reicht die Kraft des Kristalls aus, um uns zu retten? Äh... Keine Ahnung. Ich geh erstmal safen. Was mit dir? Sagst du uns was? Hallo? Junge? Willkommen, Aguai. Unser Dorf stand einstmals in voller Blüte. Und jetzt... Schaut es euch bloß an. Der Manerbaum schützte einst das ganze Land. Natürlich der Manerbaum. Doch jetzt etwas mächtiges zur schwarzen Zitadelle zurückgekehrt. Natürlich. Und hatte den Manerbaum gefallen und die Ödnis... Um die Ödnis zu verbreiten. Ich fürchte bald wird ganz Aguai verschwunden sein. Und damit ist es nicht zu Ende. Danach ist die Welt dran. Wird geladen. Was mit dir? Ich habe in letzter Zeit beunruhigende Gerüchte gehört. Man sagt, dass selbst der heilige Hain im Süden der Verderbnis anheim gefallen ist. Es war ein solch wunderschöner und ruhiger Ort. Wenn das stimmt, fürchte ich, gibt es keine Hoffnung mehr. Das heißt, wir müssen den heiligen Hain retten. Dings. Wird geladen. Oh, boah. Drei Kissen. Freigestellt. Unruhiges Kind. Es rennt den ganzen Tag herum. Lol. Lol. Ich habe Lol gesagt. Freigestellt. Kartenspieler. Seid ihr spielbereit? Ah, wir können ja nicht mehr dieses Spiel auswählen. Komm, hier. Reden wir uns. Ich liebe Doppelzwilligen. Nicht nur das Spielen selbst, sondern auch das Suchen der Karten. Die meisten sind zwar ziemlich leicht zu finden, doch die allerbesten sind sehr gut versteckt. Nur zu gerne würde ich eines Tages einen kompletten Satz sehen. Stimmt. Wie viel haben wir eigentlich? 6 von 23 haben wir. Das Schwert heißt sogar Klaus Schwert. Mit AU geschrieben. Oh mein Gott. Frag ich halt teure Händler. Es gibt doch immer Leute, die von einer Krise profitieren. Hallelüchen. Heutzutage findet man nicht leicht Zubehör. Ich habe dennoch eine günstige und solide Auswahl. Verkaufen bitte erstmal. Ich kann nur Tränke verkaufen. Kaufen. Schneller DVD Player für 5000. Seltene Karte für 10.000. Silberrüstung für 2000. Ich will keinen schnellen DVD Player haben. Warum braucht man einen schnellen DVD Player? Abspielgeschwindigkeit für raubkopierte Varianten oder so? Hä? Hä? Silberausrüstung auf jeden Fall. Die nehme ich. Ufteilung ist erhöht. Awesome. Sagt man, ich muss 5000 zusammen sammeln. Dann würde ich einen schnellen DVD Player kaufen können, um weiterzukommen. Die Ruinen, was? Die Ruinen von Sardunak im Nordosten bergen zahlreiche Schätze und ebenso viele Gefahren. Äh, ihr scheint nett zu sein. Also gebe ich euch einen Rabatt auf sämtliche Knochenpflegerei, wenn ihr dort hinten nie aufbrecht. Braucht ihr jetzt Heilung? Ja, wäre ganz cool eigentlich. Danke. Spielschwind speichern. Ja, cool. Er sieht echt öde aus hier, ne? Das hier? Bevor wir aufbrechen, müssen wir mit meinem Onkel sprechen. Über seinem Haus schwebt ein großes Luftschiff. Schiff. Oh Gott. Äh, sprechen wir am frühen Morgen. Ihr wisst das. Über seinem Haus schwebt ein großes Luftschiff. Er ist also leicht zu finden. Jo, dann, äh, dann gehen wir nochmal zu deinem Onkel. Ein großes Luftschiff. Warum zur Hölle schwebt mitten der Wüste? Ah, der Onkel ist wahrscheinlich einer der reicheren Menschen. Ein großes Luftschiff. Kann man hier eigentlich irgendwo rein? Kann ich mit dem hier noch reden? Was ist da irgendwann passiert? Wir dürfen nicht verzagen. Wenn ihr, ah, wenn ihr auf eine nette Partie doppelstwilligen außen seid, seid ihr bei mir Gold richtig. Ich glaube, ich bin nochmal in der nächsten Folge, nachdem wir mit dem Onkelmann geredet haben. Ich würde gerne wieder raus aus dem Bein. Danke. Ich würde gerne wieder raus aus dem Bein. Hört sich auch voll pervers an. Aber naja, okay. Wo ist denn hier ein großes Luftschiff? Ich finde, die vorgegangenen Hintergründe sehen schon so schick aus. Das hat schon was. Und ich finde, das ist halt immer noch dieser Gag, der dahinter hängt, ist immer noch saugeil. Gestern mal so ein, zwei Reviews zu dem Spiel gelesen. Ah, da ist das riesige Luftschiff. Ähm, wir reden erstmal mit der Wundfrau da hinten. Hallöchen. Auch ich war ein Abenteuer. Wie, doch dann traf mich ein Pfeil im... Und sagen wir, ich kann eine Weile nicht sitzen. Haha, sehr geil. Hahaha. Das ist doch Skyrim-Anspielung. Hahaha. Ich würde euch ja auch helfen, aber leider kann ich nicht mehr kämpfen. Weil ein Pfeil in deinem Arsch steckt. Keres sagt Onkel. Ist alles in Ordnung? Äh, Sid heißt der gute Mann. Äh, Keres. Dies seid ihr viel zu Hause. Hier ist viel passiert und die Ödnis verbreitet sich immer schneller. Fast halb Augia. Ist bereits ausgelöscht. Wir müssen schnell handeln. Awesome. Onkel, wir haben die Macht des Kristalls und die... Und klaut Schwert aus der Noria-Mine. Es sollte reichen, um das Böde zu besiegen. Und in der Schwarzen Zitadelle... Was das in der Schwarzen Zitadelle lauert? Hoffe ich doch. Und auch Klink habe ich hier, um das Schwert zu führen. Auch um das Schwert zu führen. Wir sind bereit, zur Schwarzen Zitadelle aufzubrechen. No, 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 no. Wir müssen den Warnabau retten. Gut und schön, aber ihr braucht das Amulett von Gorn. Um die Zitadelle... Gorn? Ist euer Ernst? Ich glaube Gorn ist einer der Leute aus Gothic. Einer der vier Kumpanen oder so. Des namenlosen Helden. Ich glaube der hieß Gorn. Äh, um in der Zitadelle zu gelangen. Es wurde in zwei Hälften gespielt. Natürlich. Eine ist im Heiligen Hain zu finden. Er liegt im Süden von Augei. Ich war letzte Woche dort und sah, dass der Fels in der Nähe des Eingangs neulich eingestürzt ist. Ah, ok. Ihr braucht eine Bombe, um ihn zu räumen. Ok. Redet mit Garen den glatzköpfigen Kartenspieler auf dem Markt. Er wird sein als Offizier bei der Armee. Ok, cool. Durch den kriegen wir endlich die Bombe. Kiris, Gling, könnt ihr die Bombe besorgen, damit wir in den Heiligen Hain gelangen? Ich finde derweil einen Weg stärker zu werden. Yay! Ich sollte mich wohl nicht immer darauf verlassen, dass ihr mich beschützt, richtig? Ich gehe heim, um in der Bibliothek meines Vaters zu recherchieren. Du stehst direkt vor dem Ort. Äh, er war ein mächtiger Zauberer. Achso, das ist der Onkel, der auch stimmt. Er war ein mächtiger Zauberer, der so manch Wirkse im Spruch kannte. Du 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 du. Yay, yay. Ich stoße später wieder zu euch, sucht inzwischen Garen auf und fragt nach den Bomben. Mach ich. Und... That's it? Noch ein ernstes Wort. Ihre Mutter war genauso eigensinnig. Viel Glück. Danke. Mitglied vergesst die Gruppe. Verlässt die Gruppe. Oh mein Gott, ich sollte heute, ich sollte morgens nicht aufnehmen. Ich bin noch verpeilter, als wenn ich das abends mache. Das allein zu sein ist verstander. Auch nicht einsam oder so. Erstmal safen, weil wir haben jetzt meine Zeit erreicht. Wir haben meine Zeit erreicht von 21 Minuten. Spiel gespeichert. Ähm, wir werden in der nächsten Folge, werden wir mit dem glatzköpfigen Kartenspieler sprechen. Der kein Filesknee bekommen hat, sondern einfach nur ein glatzköpfiger Kartenspieler ist. Also mit dem da. Und dem unruhigen Kind, was seit ein paar Minuten Schmetterlingen die ganze Zeit um den Brunnen verfolgt. Gesehen den Brunnen was drin? Nö, kann ich dich ansprechen? Jo. Ach! Herum zu rennen ist wirklich anstrengend. Ich würde lieber Feuerwerk spielen. Ja, dann macht das so. Aber nicht, es ist der Code. Der lässt sich hier rumrennen. Ja, wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder. Traumhaften Tag wünsche ich. Und ja, wenn es euch gefallen, natürlich so. Daumen hoch. Kommentar. Passt alles. Wie immer und wie gehabt. Ihr seid ja aktiv wie nie. Und das mag ich. Also bis dahin. Traumhaften Tag. Und tschüss.